Ah, da macht der auch Fahndung! Alter, er zündet einfach die Bombe, ey! Der Mikro übersteuert übel bei mir. Meins? Ja? So, äh, folgendes. Sola ist, äh, gerade ein bisschen... Wie soll ich sagen? Äh, ist gern weh. Oh, ich hab' ich verkackt. Er hat ein kleines Problem, ein technisches, und versucht das jetzt zu lösen. Ich kam gerade in den Raum. Ich hab bisher noch kein CS verpasst. Sola, was ist los? Und, und er sitzt da übel am Tilten. Das wird gleich richtig gut. No, Leute, Hilfe! Ja, Max, da komm ich nicht ran. Okay, okay, ja, dann lass einfach... Ich hab noch kein CS verpasst. Ich geh an League-Trash. Du, du musst callen, wenn du unten... Wenn die Wave an Turret kommt, ne? Damit dann Max unten ist gegen den Dive. Ich bin der Push dagegen, alter. Äh, folgendes, wir... Es läuft gerade der erste King of Spandau Cup, und das ist noch nicht ein Finalmatch, aber die anderen werden wir auf jeden Fall aufnehmen. Äh, wir nehmen das nur schon vorher auf, falls es 1-2-0 wird. So, lol, die haben hier alles weggegraden. Aber kommt es, wenn es in 2-0 wird, nicht das Game nach den 2-0-Games, eh? Nö, so sparen wir ja Zeit. Außerdem hat Johnny Geburtstag und der will noch ins Wurzhaus. Äh, nein, nein, ich meine, das Game wird doch eh erst nach den 2 West Office zurückgeladen, oder nicht? Nee. Du kommst noch ein Red Buff mit, oder wann ist die Wave unten da? Machen die einen Slow-Push? Machen die einen Slow-Push? Genau. No? Ja, ist doch egal, wann wir das dann uploaden. Weil, in der Aufnahme fängt er an, darüber zu diskutieren. Ist das unten ein Slow-Push gegen dich, Kutcher? Das wirst du geteilt? Ja, bist du leider. Ja, gut, dann komm bitte mal lauter. Dann kannst du, kann man mit dir gleich rein. So, was soll ich? So, wir holen die. Ich hab grad nichts mitbekommen. Wir warten, bis die, bis die für die Caster, wenn den es geht. Dann spritzen wir da rein. Krieg dich rein, Spritzen Kappa. Was kann denn Johnny gut? Wir haben auch Exhaust, wenn es eng wird, aber... Ach Leute. Sauber. Wave jetzt mit mir durchpushen. Ah ne, die ATP. Ah doch, trotzdem, trotzdem, trotzdem. Schöner hoch von mir. Eigentlich, mir gefällt das so viel besser. Kann das immer so sein? Vor allem, er sitzt da so, hämmert auf seiner Tastatur rum. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal den Tastaturmanager, nicht mal Tastaturmanager. Rastet komplett aus. Reicht das so? Ne. Ja doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Also schreibt man in den Kommentar, ob ich immer so leben soll. Ja ja. Und da noch den, wie unser Wave steht, kann man das auch anschauen. Ja, ist alles okay. Also, die konnte das mit 3Castungen ebenfalls freezen, aber wenn, dann kannst du es auch nicht mehr ändern. Kannst gegen mit laner nicht ja vielleicht mit 4 so reinpushen. Das macht mir echt mehr Spaß, muss ich sagen. Gut, da richtig. Hol dir bitte ein Pinkboard und dann stellen wir den Pinkboard direktieren, damit oben, ne, du stellst ihn sogar hier, damit, ähm, oben der Kevin weiterpreschern kann. Der Kevin. Der Kevin. Der Kevin. Der Kevin. Weiß man. Alter, ich kill ja gleich noch. Ich sag's euch. Hast du's im Urin oder, wat? Ne. Ich hab mich auch mal gepisst, und man gerochen. Geil, ne. Aber war drin. Wo soll ich Pink Ward aufstellen? Aggressiv in dem sein Jungle quasi, also da, allerdings machst du einfach Golems, kommst da mitte und danach stellen wir den Ward. Das ist mein Junge, das ist mein Junge da oben, 1 gegen 2 holt er den Kill. Ja, also das Ding ist, wir versuchen jetzt auch in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr zu spielen, denke ich, gerade wegen King of Spandau, ich bin, gerade ich bin ziemlich eingerostet seit meiner Diaprobo nicht mehr gespielt, ja schon während des, ne Kevin nicht, aber so während des Splits, zum Beispiel Johnny hat ja auch nicht viel gespielt, so da auch nicht. No! Ah, so hat glaube ich sogar echt noch viel gespielt. So hat glaube ich so am meisten gezockt. Echt? Also ich hab da nicht nur eine Overwatch? Ich kann aber mitkommen. Bitte, bitte, auf jeden Fall. Markloser. Mit der jungen Disrespect, Max, komm her. Der lacht mich aus. Max, komm her. Der ist nicht näher genug. Prinzipiell, wenn wir, wenn wir wissen, die hat da Flashdown, also bevor geflasht ist, kannst du sogar hinterher, hinterher für den Flash noch abmachen. Aber komm nochmal von hinten, das ist ne gute Idee. Komm jetzt direkt einfach nochmal. Okay. Und jetzt kannst du auch mit... Nice. Sehr schön. Okay, raus. Alter, ich hab mich fast getötet, Leute. Echt? Er ist auf 1%. Äh... 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 Wie er hyped ist. Aber ich... Ich weiß nicht, lohnt es sich für mich runter zu gehen? Jürgen, hol dir den. Der hat kein Flash. Die geworden auch nicht. Die Fat Mowlis. Die Fat Mowlis. Das ist einfach nur so ein Upgrade. Aber es hat sich voll durchgesetzt. Ich hab letztes... Ich weiß gar nicht mehr von... Ich glaube, Malte hat das Video geguckt, der hat auch Fat Mowlis gesagt. Ja, ich hab das jetzt im, äh... Video am Samstag gesagt. Jo. Also ich kann jetzt mal runterkommen. Wollt auch immer mein Schiff vorzunehmen. Das ist ein neuer Trash-Skin? Also, ich... Jo, ich kann jetzt... Ja, komm einfach. Das fahrt, ja. Ist doch eigentlich nicht egal, so. Ei, ei, ei. Oh, ich hab mein Play nicht mit mir vor Ort holen. Ich bin auf dem Weg da runter. Ja? Ja, doch, das sieht gut aus. Ja, krass. Ey, ich bin ein bisschen besser gespielt. Muss man ja auch mal sagen. Er holt den Jungle ab. Ich bin gespannt, wann so er kommt. Was ist, wenn er nicht kommt? Gewinnen wir trotzdem. Wie gewinnen wir zu Fendish wehen? Ja, ja, aber... Wir haben übelst das krasse Late Game mit Kassel. Ganz ehrlich, ihr tut gerade so, als ob wir nicht jedes Game 4 gegen 5 spielen. Ja, aber sonst bist du ja der, der feedet. Alter. Was ist zu gemein? Ich weiß ja nicht, was das soll. Ich hab aber keine Reaktion. Mach dir leid, Patsche. Ich mach jetzt aus. Ich Brofist. So, ich bleib einfach ein bisschen. Oh, du bist auch nur hier. So, lass mal hier. Wollen wir mal reinpushen? Nö. Okay. Nö. Ich liebe so Leute, die was fragen und einfach schon was machen, ohne auf Anfragen zu warten. Nie. Prinzipiell müsstest du in der Phase halt die Vision für die Top-Lane eigentlich noch ein bisschen... ... quasi den... Ja? Dein... Oh! Ich hab's ja hier gesagt. Oh, der will den Pink, der Arsch. Der kleine Arsch. Der Pink war das so... Oh, 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 oh. Hier ist er hier, hier ist er. Genau. Was? Ich hab nur gekennzeichnet die Speckgeburt. Die Speckgeburt. Ja. Auch gut. Alter. Ich bin einfach zu schnell mit meinen Reactions. Reactions? Mit meinen Reactions. Was habt ihr denn heute? Nichts, alles gut. Warst du da heute? Ja, die Frage. Ich hab's Cola getrunken. Das ist mein Ding. Hallo? Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr saufen wart, cooler dann immer noch so nach Mische schmeckt? Ja. Also hab ich jetzt heute nicht, aber... Nee, natürlich nicht. Nee, ich hab ein Motto. Ich trieb nichts unter der Woche. Ich hab ein Motto. Ja, oder? Ja, oder? Ja, okay. Ja, okay, okay. Kommt ihr von hier? Oh, das ist ein bisschen skummt. Oh Gott, ich kämpfe angefangen. Komm her jetzt. Ja, gut. Oh mein Gott, ich bin einfach... geboostet. Gut. Haben wir? Riecht knacken uns. Mama, mega. Here we go again. Mama. Ist das Mama oder my mind? Weiß nicht, ich dachte immer, my mind. Aber... Oh, die Stelle, dann hast du beide so... Er hat's falsch gemacht. Mach das im Kontext hier auch gesehen. Hm. Ich komm mal hoch. Hm. Komm, Rek'Sai. Hier holen wir. Ach so, echt? Komm her, komm her, komm her. Der Typ ist ein Biest. Ja, dann buddel ich mal. Buddel, Buddel, Buddel. Aaaahhhhhh. Hier ist eine Laterne. Oh yeah. Guck mal hier. Die Boys. Oh, das war nicht gut abgesprochen. Ach komm ran, du Ficker. Ja. Wie ich jedes Mal, wenn ich Castle spiele, erstmal versuche Boots zu kaufen, ne? Es ist jedes Mal. Es ist jedes Mal. Nee, kannst du gar nicht, weil es dann passiv ist und das verhindert genug. Oh, okay, das ist dein Job. Ist das halt echt? So was zu wissen. Ist das halt echt? Also, das finde ich schon fragwürdig. Jemand, der dann wirklich professionell sein... Schlechte Arbeitsmoral. Genau. Weiß nicht, wie ich das finde, so. Ja, Maun, wir machen... Finde es auch nicht gut, dass wir uns über Maxims Elo lustig machen, by the way. Nee, finde ich echt nicht gut. Gerade ich. Vor allem hinter seinem Rücken. Ja. Gerade du, Max. Du Arschloch. Du Arsch. Wollt ihr nochmal von hier kommen? Über den Ping-Locker? Ist mein erster Dislike auf dem Kanal. So. Klar. Einer vermisst ihn irgendwie so. Naja, doch. Ich schon. Echt? Ja. Oh, jetzt ein bisschen wenig Salz. Machst du jetzt auch nur wieder auf Sympathien, um ein Video abzugreifen nach der Eskapade mit Maxims letztes Mal. Können wir, go, go, go. Yo, du Picke-Boost. Der steht einfach drüber. Hat jemand den Jungler? Der hat Mauten gemacht, also Red Buffs ist wahrscheinlich ab von ihm. Aber ich bin ja nicht irgendwer, ne? Okay. Aber jetzt die Bissung glaube ich, dass ich hier bin. Ah, Bart wird jetzt auch wrong. Hm. Okay, wir sind auch da runter. Ich kann's da oben kommen. Ich kann dir eine Lintern geben. Aber wir machen die einfach noch. Ich mach die beide. Okay. Ohne Ansorge. Ich bin auch auf dem Weg. Obläufer, tank tank tank. Lässt du mir wenigstens noch Rechte gepusht oder so? Kutscher, Mann. Was ist denn jetzt schon wieder dein Problem? Ich werde jetzt einfach reingehen müssen, tanken können. Für mich. Wie nett, dass sie die Wave nicht bis zum Teil pushen. Hier ist ein Pinkfrau. Willst du die Last haben? Ne, danke. Aber vor allem schaffe ich. Blazing Stats! Das wird schwierig. Obwohl du bist 3-0. Aber sie hat Red Buffs, du hast recht. Was ist das, der Kommand? Was ist das, der Kommand? Ich bin auf dem Weg. Ich weiß, dass du da bist, Max. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Wir haben tipee, ne? Lass es turnen. Du bist jetzt zum Turn. Geh da rein. Gut. Ciao. Oh, hier, guck mal, ich bete den. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin auf dem Weg. Oh, Mann, das war aber knapp jetzt hier. Ja! Und du? Das ist ja ruhig. Was hat dir weh? Oh, ich sollte jetzt keine Kills mehr nehmen. Glaube ich muss man eh mal ein bisschen anders einsetzen. Hihihi! Kevin, bist du noch da? Du kannst bitte in die Wave nehmen. Ja. Ja, klar. Bist du still? Bist du gerade im Trial? Er konzentriert sich. Ja, ich habe packen wollen wir auch verloren gegen den Typen. Das ist natürlich ein... Das ist natürlich ein Polizier. Hara, Hasaki. Weißt du, der Scholli? Wieso, Flames? Wieso, Flames? Wollen wir uns zweimal fast besiegt? Und einmal gegeneinander stellen wir mal mit Keykopf. Ja. Oh, kratzen. Am Keykopf. Was ist denn jetzt der Plan? Ich komme zu dir. Einfach weiter. Einfach weiter. Einfach weiter. Einfach weiter. Einfach weiter. Einfach weiter. Ich habe da noch mehr gesehen, oder? Oh, will er dich? Problem ist ja, dass wir Turrets verlieren, ne? Da müssen wir ein paar Turrets jetzt pushen hier. Na, wir haben halt nicht so die, die krasse Siege kommt, ne? Da hast du recht, mein Freund. Hast du aber recht. Hat er aber recht, Patrick. Hat er aber echt. Irgendwer muss stopp. Das ist schon weg. Hat er aber echt. Wir können bitte einfach rustikal reinhalten, oder? Oh. 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 Da ist er. Wer ist das denn? So, da. So, da. Oh. Geil, das hätte ich eher mal für nicht voll Idiot. Komm mal, Kevin. Da ist, da ist, da bist du alleine. Können wir da helfen. Äh, da kam ein Flash, ne? Nop. Habe ich zu spät gesehen. Me, sorry. Ist ja auch nicht so, als hätte Kevin es gesagt. Wunderschön. 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 Wollen wir den Herald angehen? Doch, hätte ich. Ich hätte ihn gerne, ey. Ich muss sagen, ich bin voll verwirrt. Max, der zweite ist denn je, oder? Ah, ich muss aber grad... Ja, im Glück bin ich wieder da, sonst würdet ihr richtig aufs Maul kriegen in diesem Game. Ja. Ich hab's schon gesagt, mir gefällt das so gut, ich würde am liebsten immer so lehnen. Alles klar. Disconnected. Bitte. So, wollen wir Herald machen? Zu zweit reicht nicht. Zu zweit reicht nicht. Ich hab kein Damage. Du bist 5 Lulu, komischer Mad-Mobile. Aber da ist keiner da, der es nimmt, ihr kleinen Lula-Cheer. Nimmt Max dead, oder ich? Nö. Okay. Hier, lasst die Lulu lieber mitnehmen. Oh, LULULULULULU. Oh, da sind zwei. Kommt der nicht, oder was? Ich swap jetzt auf toplane. Ach so. Keine Ahnung. Lund sich nicht, den Typen abzuholen. Eieiei. Eieiei. Eieiei, Patrick. Ja, aber recht, Patrick. So, was mach ich jetzt? Ich kann eigentlich echt viel abzuhalten. Ey, sprich ich gut drauf. War das die Selbstmordstunde? Ich hab richtig Bock auf mein Leben grad. Richtig Bock auf mein Leben grad. Richtig Bock auf mein Leben grad, muss ich auch sagen. Ich hab so Bock. Alter. Wie lange nicht mehr. Wie lange nicht mehr. Infinity. Na ja, so gut drin. So, ich schwimm noch da lang. Ah, hier ist ein Mord drin. So, da, warum ist der Witz schwein? So, da, warum ist der Witz schwein? So, da, was soll das? Geh da jetzt rein. Okay, ich mach mir. Ich weiß jetzt gar nicht genau, warum ich die Land verlassen hab. Ja, nicht. Ich hab die Laterne. Und ich wusste sie nehmen. Ich bin gleich da, mein Junge. Ich bin gleich da, mein Junge. Hehehe. Schön geschnackt. Enemy has been slain. War ein bisschen geschnackt. Mit den Gegnern. Ich bin auf dem Weg. Was ist denn die Lufi in Tryhard? Wirst du meinen Arm-AD-Carry nicht farmen? Glück haben, dass ich's nicht gehört habe. Na, ich würd dir jetzt wahrscheinlich auch darüber reden. Ja, mein Cinderfick macht das Ding. Ne, das lässt das ja auf. Ne, haben wir es geändert? Ja, vor zehn Jahren. Ja, ungefähr. Geil. Ich hatte immer nur Schiss. Auch wegen dem Grump-Buff. No. Ja, bei Rap-Buff ist halt immer noch tricky sein. Die Westen erfahren. Na dann. Up in your face! Sola ist einer von uns! Ey. Hehehehe. Ab zum Drachen. Jetzt kann man gleich Harald machen, hatte ich Bock. Ja gut, dann komm ich mal rum. Ich wollte mal testen, ob die das machen kann. Aber ich glaub ich hab nicht genau den Punkt getroffen, ne? Game ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für die Leute, die sagen, sie sind Gold-Elo gehören aber nach Diamonds. So. Alter! Alter! Das war jetzt schon Toxic, ey! Hat aber eigentlich recht. Ist er jetzt mit dir geredet, Max, oder was? Mann! Ha 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 ha! Hast du nicht ebener gesagt... Meinung seid, warum bist du so? Ich helfe dir gleich, ich helfe dir gleich, ich helfe dir, ah, jetzt. Geht da was? Hier ist ein Schafel, ich bait hier wieder, er soll mich auf Combo, Combo mich, komm. Komm, bummi, komm, bummi, Bumbo, Bumbo, Bambo, 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 Bambo. Das ist ein Frieken. Kommt bei mir mit nem Bagnett Jon den. Wie ist der Schaden, holy fuck, dieser Schaden? Sag doch irgendwas, ne. Ist der wohl Schaden? Ja. Voll scharf denn. Alter. Was? Drache? Kein initial damage? Geckbüllern. Da hier, die gekindelt die will unseren Sola. Kein leckiges Stück Uwe. Sola, Alter, wieso hast du nur 21 Farm, ey? Du leckiges Stück Uwe. Joao Serrano 1, bitte alle adden und beleidigen. Dankeschön. Alles gut. Alter. Aber Sola, wieso hast du nur 21 Farm? Du bist für mich da, Kutscher, oder? Nö. Sola ist richtig reif grad. Also ich meine wie ne Mango. Wie ne Mango. Wie ne Mango. Hup! Hup! Gutscher! Gutscher! Komm ran! Ja! Alter! Nein! Ich komm in deren Rücken! Oh Gott. Also ich meine, ich geh. Du hast den komischsten Fetig, muss ich sagen. Ich, ich, ich. Ich hab da ja schon viel geholt von hinten, aber Rücken. Ich lauf, meine ich. Kevin! Warte, ich bin doch gleich da. Mach den Tower. Ich bin doch gleich da, sag ich. Ja. Haha. Da ist erst mal. Tschüss. Fokus. Reichskill. Ich kann ihn dir. So. Das war ja meine Ulti noch Wolf. So, ist das. Oder? Der schnattert immer so schön. Oh, der schnattert Max. Richtig schnatterlich. In dem Sinne. Oh, leu. Äh. Weil die, äh, Tunnel misset. So. So, ich, ich dive. Oh, leu. Nevermind. Okay. Ghostblade. Ghostblade. Max, der Ghostblade aktivieren. Ghostblade. Nicht? Vollidiot. Ich glaube auch. Lügner, Lügner. Lügner, Lügner. Lügner, Lügner. Trevor. So. Wollen wir Drachen machen? Oder die jetzt komplett lösen? Schön. Schön den Kolben rein, Buta. Der Bodensack in kaltes Wasser hängen. Haha. What the fuck? Ich geh mal fix in blue. Trevor. Trevor. Reaktiviert. Kriegt der auch schon. Hahaha. Der kommt, was zum Drachen geht, oder? Trevor. Ich find auch so das Bild gar nicht tefisch. Ja, ich find den auch richtig gut in der Welt. Leute, ich versuche hier die ganze Zeit, was? Okay. Ja, dann nicht. Boah, ich bleibe dann. Die sind alle Taubstum. Was soll das jetzt? Ich stehe 703, du fängelst. Das wird schon Spaß, ne? Wir sterben in One-O-F. Wollt schon sagen. Ich würde eigentlich sterben lassen, aber ich glaube, du machst die alle allein, dann habe ich gar nicht zu. Oh, die Überlegung. Das war echt ein gutes Game, so. Hahaha. Finde ich auch, auf jeden Fall. Das war richtig. So lachsig negativ. Team rank ist. Wie war gemacht, ist das Ding? Du lockerst schön auf deinen Stellen hochladen, vier Minuten. Ja, netter, dass er jetzt wartet bis zum Minutes da sind. Das lade ich auf jeden Fall hoch, das Video bei mir. Was? Damals schießt. Das ist richtig sehenswert. Ne, ne, ist das nicht. Mit Pfeilen und mit roten Kreisen. Richtig krass, du editiert so die letzten Minuten. Alter, ganz ehrlich, ich kann ja verstehen, dass die nicht bewusst sind, dass wir höheres Elo als sie sind. Aber, wenn ich in der Situation wäre, wäre ich so was geiler, als gegen irgendwelche Lobobs zu spielen. Ah, ja. Ja, aber der geht halt Elo, ne. Elo ist ja der Ursprung allen Frustkacken. So kurz vor der Elfse. Ja. Weil wenn man jedes Game so gegen so war, macht's das Spiel-Cash-Fast. Aber den ist das halt genauso wichtig wie deine MMR. Du spielst auch nicht kurz bei SCS. Ja, ja, aber den meisten. Ja, okay. Ich versteh, was du meinst. Ja, ich würd's auch so... Die sind natürlich gefrustet, weil die halt nicht den Hau einer Chance haben. Ja, aber... Das sind doch eher die Games, wo wir einfach... Ah, die Frage ist, wie viele? Ist halt die Frage, wenn das denen ihren Placements ist, so... Ja, das sagt schon. Er hat recht. Aber ich... Ich würd' noch mal einen Punkt hier mal unterbreiten und mal zur Diskussion stellen, was er... Ja, ist ja auch schön, also... Ich find' immer gut, dass wir so... äh... Ich find' immer gut, ja. Dass wir so... Schmalzkopf oder so. Oh, wow. Finish! Das... Das escalated quickly. Finish doch! Dann denken die Leute wieder, das ist Edit-Gameplay. Ja. Ne, nicht sterben. Ich hab' keinen Flash mehr. Keiner mit, Mongo. Ich... Wer überlebt? Wer hat null Tode? Sola. Ja, hab ich nicht. Oh. Wie hast'n das geschafft? Okay, Null hat richtig Bock. Das ist klar. Ich hab' nicht genießt. Das ist... Was? 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 Was denn? Was denn? Übrigens bei... Guckt ihr nebenbei den Stream von Maxim? Ne, ich hab mich hier voll aufgehend und das führt. Hallo, ich möchte ein Wort haben, bitte. Das läuft ja gerade, King of Spandau. Alle einschalten, bitte. Alle einschalten, bitte. www.twitch.tv slash SummonersInLife Jetzt haben wir das in live. Du musst echt mal weg. Du hast Ascheton Kutscher fälscht. Wo hab' ich? Ja. Na ja, da braten wir doch einen einen Storch. Da hab' ich mich grad... Ach du, grüne Neune. So. Äh, ich hole mir dieses... Hallo, hör' mal auf, jetzt auf meinen Tasten zu klicken. Und das Game zu finishen, Kim. Jo. Das nennt man Boosting Kevin, das ist dir klar, ne? Ich weiß nicht, auf wen was klar ist, aber ich glaube, er stoppt auch. Ohhhh! Kim! Wacklose! Ich fokuss in einem Platz. Mach dieses Ohr. Hm? Hier rein. Lauf einfach durch und machen lassen. Lauf rein. Lauf einfach durch und machen lassen. Lauf rein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir machen aber alle nacheinander, ne? Alle nacheinander. Ich hab' nicht mal mehr ein Flash, ne? Ich hab' nicht mal mehr ein Flash, ne? Lass' wir probieren. Jeder nacheinander, wer es schafft. Warte, ich warte mal. Wie rausgehen. Was dann? Auf geht's. Komm. Machst du uns erstmal. Okay, go. Ach, , da geht da. Oh du hast ja auch. Ohach, ich machs keinen Schaden. Aber jetzt kommt Khunsha. Jetzt kommt Khunsha. Ja du bist ja nach vorne, ich hab interpreting. Ah, okay ich bin auf dem Weg. Ah, ich muss aber schon die Türe da chronieren. ennen. Weißt du, da wird's eine richtig romantische Geschichte, was muss die Sona reden? Und Johnny kommt ja richtig weit, aber den tötet er da gerade auf seinem Ding. Guckt unten auf die Men, guckt unten auf die Men! Sola! Sola! Da kommt Jola! Oh oh oh! Flash! Ja! Ja! Ich komme, Boys! Das machen wir jetzt einfach so lang, bis wir die so oft geholt haben, dass wir verlieren. Das hört sich nach vor den guten Plan an. Aber ich habe hier noch einen Tunnel, ne? Kevin, wenn du jetzt reingehst, kann ich direkt nachziehen. Das mache ich jetzt. Das ist ein Hit. Das schaffen wir, Leute. Jetzt bin ich gespannt, was der Jesu macht. Lauft der weg oder läuft der rein? Los! Oh, der Käpt'n! Ja, ich schaff's! Meins! Ja, nein! Das hat sich doch gelohnt, da ich specke mal zuzugucken, oder? So, das war eine weitere Runde spannender Entfernung. Nächste Folge fängt dann das Finale des King of Spandos an. Ja! Bis denn, ciao! Und immer schön einschalten! Tschüssi! 1 1 Open